Hallo und willkommen zur zweiten Folge von Scribblnows Unlimited zusammen mit Apfel. Hallo. Ah, wirf Silver Kryptonite in diesen Müllkonzern. Ja, mach ich. Oh, wait a minute. Was? Ich war nächstes Wochen, der ist ja schon Halloween, oder nicht? Ja. Heftig. Deswegen war ich auch so, äh, konzerne. Ich hab mich gerade geheilt, Alter. Ja, wegen deinem Ding, ja. Oh Gott. Ich durchdrück nichts. Glühender Geheilter, aah. If you spell applesauce with custard, you got aah. Hey, du kannst aufhören, Angst zu haben. Das böse Schleimfühl ist tot. Straßenmarking im Gang. Ich habe meine magischen Utensilien vergessen. Sil-L-L-E-N-D-E-R. Mein Gott. Jetzt hat den zweiten Hut auf. Hilfe, mein Picknick ist ruiniert! Insektensprayer. Du bist aus dem scheiß Korbhaus. Okay. Ist egal, wir brauchen jetzt eine Pistole. Kannst du bitte weggehen, dass ich nicht aus Versehen dich erschieße? Gerettet? Sehr schön. Oh, das ist jetzt dein Problem. Oh, okay. Es war dein Problem. Max Ray ist wieder lang geschlagen. Bist du bereit? Nein! Nein! Schnauze! Bombe! Bombe! Oh! Oh! Der scheiß Helden hat dieses Universum eigentlich. Ja! Wo hast du oben ein Schiff mit deiner Gans? Das will ich herausfinden! Wo ist dieser scheiß Gans und wo? Nicht mit mir! Oh! Das ist gut wie kommt, gestorben! Yo! Ausgestorben! Oh! Ausgestorben! Oh, ausgestorben! Star! Ist es der Lettor? Nein. Ja, das ist der sicherste Weg nach unten. Äh, tippen kann ich heute echt nicht. Das Rot flimmt da leer, jetzt wird es auf. Sollte Spaß noch. Wie komme ich zu dir runter? Will ich einen Fahrstuhl nehmen? Wer ist... Kennst du euch besiegen? Psycho-Pirat, wer ist Psycho-Pirat? War da unten nicht vorher ein Pirat? Er ist kein Pirat. Irgendwo war doch da am Anfang, oder bin ich dumm? Oder war es einer der Helden? So, wer... Nach und abfangen wir mal, oder nicht? Ja, jetzt kann ich noch, lass mich gehen. Ah. Welche Tiki-Flacke, äh... Wackel? Das Spiel gibt mir so viel weniger, äh... Input, das ich haben wollen würde. Ja... Superman... Superman... In Lex Luthor... Ja... Maxwell, hi! Oh... Schön... Ja... 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 Ich habe Jurgen... Wir haben eine Menge... Ja... In der�igenheit... Nichts! Ja... Das kann man unerwartet. Schön? Hm? Ein bisschen. Schnauze jetzt. Ich baue erstmal ein Chat-Pack oder sowas, damit ich zu dir komme. Das ist kalt. Das ist ein Chat-Pack. Du bist doch Metall-Lohr. Haha! Was? Hä? Nur weil der Trottel so dumm war und gestorben ist, muss ich das jetzt nochmal machen? Hä? Boah. Oh Gott. So, mit was könnten wir denn noch ziehen, wenn ein Magnet schon nicht funktioniert hat? Oh Gott. So, das muss jetzt noch eine leine sein. Auf geht's. Elne, schön hierbleiben. Boah, Alter, wie episch! Schön, dass es erst explodiert, nachdem sie weg sind. Vielen Dank, Superman! Ja, wir haben nichts dazu beigetragen anscheinend. Alter, was ist das für ein Riesenhund? Das ist ein ganz normaler Hund. Merkst du hier oben? Was ist da oben? Warum hat er keinen Namen bekommen? Warum heißt er Doppelgänger? Ist echt so! Ja, Doppelgänger, tu es. Was soll Doppelgänger tun? Oh nein! Der normale Mann kann fliegen! Auld! Oh! Oh, Jesus. richtig leben lassen ok ich kann jetzt nicht vorbereiten dass der auf mich zugeflogen kommt ja die schrotflinte ist ja schon wirklich eine unserer besten waffen ja wirken das sind meine freunde 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 blei du superman nimm den barren blei wenn du ihm jetzt kryptonit gibst nein nein das werden wir nicht ausprobieren wie heißen diese fick anzüge strahlenanzug anscheinend falsch ist strahlen schutzanzug nein wer ist diese anzüge wir nehmen die nicht her oder so weiß ich nicht schutzanzug was ich höchstens erfolgreich langsamer gemacht und nein maximal warte bis ich zurückkomme das ist nichts besseres wäre oh gott der schrotflinte stirbt nein box ihn von mir zurück maxwell ich bin doch hier zum glück habe immer einen im rucksack tja der stammbeleute ist auf der wegseite von unserem zettel tja morgen fällt doppelgänge nicht durch den boden der kann fliegen ok kryptonit hmm mal ein bisschen uran ist was falsch anscheinend kryptonit wenn ich das jetzt ihm gebe ist es schlecht ist das nicht funktioniert ah z ach so äh kryptonit messer stech ihn ab hört ihn wie soll das nicht funktionen jetzt hä kryptonit schwert oh ja warum hat das messer nicht funktioniert und warum fickt das superman nicht stimmt eigentlich hör auf wie die leiche zu treten diese stimme klang vertraut uh oh wer könnte es nur gewesen sein die lernen es einfach nicht ja da haben wir die mission auch endlich abgeschlossen das hat nicht viel zu lange gedauert was ach ich finde es so schön dass wir einen verdammten Rucksack haben und auch dass unser kleines Gesicht auf dem Träger dran ist was was also achso der 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 und was geht es denn überhaupt ach denn wie mich schallen was hast du denn Ich will helfen, gegen das Verbrechen zu kämpfen. Kannst du mir etwas geben, um das Helden zu verwenden? Ein Messer kannst du haben. Kannst du in eine Messerstecherei gehen. Ja, komm, stech sie ab! Die Kraft! She-Cat! Sehr gut, dass du... Pass auf, mich anzuzünden! Das ist ein Janus verdient. Rette mich, sie kommen! Mächtig. Ich soll dich retten. So, wer ist der Nächste? Niemand? Okay. Niemand? Okay, okay, darauf war ich nicht vorbereitet. Nicht mit mir. Warum kann ich nicht mehr fliegen? Funktioniert hier ein Spiegel? Wäre ja lustig. So, hier steht schon in der Spiegel. Äh... Alter, ist mir egal, was für ein Alarm hier ist. Seid mir, wie ich aussehe. Wie soll ich... Immer wieder nutzlos hier! Wie soll ich den Vampir zeigen, wie er aussieht? Picasso, der soll im Gemälde malen. Ja, ich will doch kurz noch im Piano... Im Gemälde! Ja. Jo. Boah, ich dachte... Der ist... Er ist ziemlich am... So, keine Ahnung. Foto... Appa-ra-at. Hm. Vielleicht sollten wir uns doch mal um die Hauptquiz kümmern. Äh. Oh! Tja. ZOMBIE! Oh! Das heißt, ich muss ihm in den Kopf schießen. Oh! Tja. Ge-ees-en. Crap. Das müssen hier noch irgendwo kranke Leute chillen. Aber wo? Ja, das ist eine Frage. Diese Test-Flubbies... ...die ich nicht antworten kann. Hier, du bist noch. Komm, nimm es doch einfach. Ah, und der noch. Ah. Ja. Ja schon. Ja, gut. Alright. Können wir mal schauen, was... Okay, wir können die Kärle umbringen. Äh, was ist denn mit diesem Alarm auf sich? Dann müssen wir UA retten. Kein weiß, wer UA ist, aber wir müssen... Ach so, UA ist ein Planet. Ach so. Natürlich. Überlass uns einen kleinen Jungen, die Welt zu retten. Lass mich euch erschießen! Wer ist halt Jordan? Jordan? Hell, Jordan. Oh, ein Kuchen. Oh, ein Koch! Oh! 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 Geht hier ab! Geht hier ab! Hahaha! Hahaha! Was heißt die Nestro? Guter als die Nestro, ne? Guter als die Nestro, ne? Nein! Dann haben wir das nächste Folge. Wir dürfen keine Waffen schreiben, sondern nur... Adjektive sind okay, aber ja. Gut, lasst euch einen Like an, aber wenn es euch gefallen hat, schau auf beim nächsten Video vorbei. Morgen 14 Uhr geht's weiter mit unseren ScribblÑows Unmasked und Chao! Tschüss.